ja moin moin meine lieben freunde herzlich willkommen schön dass ihr wieder da seid zu einem neuen let's play ich bin es wie immer euer andré und wir sind heute wieder in drakensang online unterwegs ich freue mich dass ihr dabei seid lasst uns mal weiter die abenteuer hier verfolgen so unsere aufgabe ist jetzt wir sollen jetzt hier den verlorenen sohn wieder zurück bringen das machen wir natürlich haben den gefunden eingesammelt mitgenommen und werden ihn weg bringt er ist nicht da stattdessen fandet ihr einen violetten kessel und seltsam sie hat ja immer gerne merkwürdige dinge gekocht aber so etwas dann ist sie vielleicht nach kings hill sie hatte eine schwester danke ihr seid ein guter junge ihr habt mir ein dienst erwiesen nun will ich das erwidern ja nehmt diese essenzen sie werden euch in euren kampf gegen die wesen dort draußen große macht verleihen agathon mit euch kann ich hier guck mal da der zum beispiel sockel wie kann ich das sockeln einfach da rein nö ah y gedrückt halten für weitere ansicht so aber ich kann das ding da muss ich mal gucken muss ich wahrscheinlich zum zum sockelmann oder so da ist er ja oh goos gibt ihn mir ja agathon sei dank der schöpfer hat euch geschickt ganz bestimmt her die toten erheben sich hier ebenfalls das ist schlimm ich hatte gehofft die portale hätten sich nur in der festung der bündnisse geöffnet aber vielleicht ist der großteil durias ebenfalls betroffen hier du kannst nichts mehr tun trallo ich bleibe hier um grimmacks stab zu bewachen und schaue ob man die festung wieder aufbauen kann geh nach kings hill und berichte von den angriffen hier doch bitte hilf auf deinem weg in die hauptstadt wo du nur kannst nach kings hill woher weiß ich jetzt achso gut und ich mich ich aus Das war's für heute. Okay, hier hängt schon mal ein Banner. Ich muss mal Bescheid wissen, in welche Regierung wir uns begeben. Was ist denn das? Guck mal, ist auch ein Spieler. Ey, cool. Was hat der denn da bei den Affen? Wie geil ist das denn? Hey. Ihr kommt aus Grimford, Herr? Haben die Bauern rechtzeitig fliehen können? Dingshill soll Hilfe schicken? Die meisten meiner Männer und Frauen sind gefallen. Ich fürchte, ich kann zur Zeit meinen Posten nicht aufgeben, um Verstärkung zu rufen. Eine verhöhte Gestalt erschien und erweckte die Toten. Viele von uns starben im ersten Kampf, auch Hauptmann Jeremy. Die meisten Untoten sammeln sich entweder um den Friedhof oder kommen von dort. Auf dem alten Friedhof sind die Lichter Agathons verlöscht, als die Untoten kamen. Die Priester sagen, dass Agathons Kraft uns vor dem Bösen schütze. Ich bin verzweifelt genug, alles auszuprobieren, wenn es hilft. Also bitte, entzündet diese Flammen wieder. Ich will nochmal gucken, was ist denn, wenn ich Premium werden möchte? Ich kann es echt nur kaufen. Ja, schon krass, oder? Guck mal, ich überlegts, irgendwo zwölf Monate. Schade, weil das mit den Porten finde ich echt krass, dass das als Free-to-Play-Spieler dir verwehrt ist. Okay. Der Sound ist geil. Der Sound ist richtig nice. Warte mal, hier ist noch ein... Achso, das muss ich auch entzwingen, genau. Genau. Okay, das haben wir. War nur diese eine Aufgabe, ne? Ja. Aber wo, wo geht's da hin? Kleine Gruft. Das ist ein Dungeon. Cool. Ich muss trotzdem gucken. Ich muss trotzdem gucken. Ob's da einen Dungeon-Browser gibt? Nein. Also ich gehe einfach direkt rein, so wie es aussieht. Ah, okay. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Man könnte dann natürlich gucken, ob man den alleine schaffen könnte. Aber das wollte ich auf jeden Fall erstmal wissen. Man muss mal gucken, täglicher Login-Bonus. Was? Ah, cool. Guck mal. Das ist ja cool. Also wenn ich jetzt wirklich mich jeden Tag einlocke, guck mal, was ich hier für Alamanten bekomme. Boah. Ich ja super. Ein Ring. Ah, der ist ausgerüstet. Cool. Ja, da muss man drauf achten, mal. Ah, der ist ausgerüstet. Die Lichter sind entzündet. Hoffen wir, dass die Kraft der Flammen die Untoten von den Gräbern fernhalten wird. Ab vielen Dank. Schlage 20 Untote um den alten Friedhof herum. Habe ich hier jetzt Teleport und komme mit einem Teleport einem Gegner oder sprich, rinnte in die Schlacht. Rapportiert dich an einem Ort im Umkreis von 10 Metern, befreit dich von jeglichen Debuffs. Also? Also? Und damit geht's auch schon wieder zurück. Kreaturen auf dem Friedhof sind besiegt? Sehr gut. Aber was bedeutet das alles? Ihr seid doch ein Mann des Bündnisses. Ihr seid doch ein Mann des Bündnisses. Kehren die Kreaturen der Anderwelt zurück? Eure Leute warnen nun so lange davor und niemand hat es euch geglaubt. Die wandernden Toten kommen also aus der kleinen Gruft? Dann müssen wir sie dort besiegen. Schaut nach, ob ihr den Ursprung dieses Albtraums finden und beseitigen könnt. So, also es geht jetzt um, geht jetzt direkt um den Dungeon. Ähm. Ah, Tomsi, das ist der, der vor mir steht, aber sonst gibt es niemanden. Hätte ich nämlich gesagt. Ähm. Guck mal, hier sucht auch jemand. Stufe 11. Äh. Schwertfeldweiden normal. Äh. Ist es das? Ist das wahr? Achso, das ist Tomsi, der sucht. Ah, okay. Warum nicht wahr? Einfluss des Bösen. Ähm. Komm, ich hab hier einfach dazu gesehen. Kriegt eine Beitrittsanfrage. Okay. Hier machen wir nochmal das. Ich weiß nicht, ob der eingeschlafen ist, weil der schon so lange da steht. Versuch's einfach mal alleine. Wär natürlich schon schade, ähm, wenn das Spiel abhängig ist von Spielern, weil gerade so wenig, ähm, diese Spiel noch spielen. Okay, das muss ich auf jeden Fall skillen. Den, den Blitz muss ich skillen, ähm, weil der sich voll geil den eigenen Weg sucht. Wenn ich so viele Leute, so viele Gegner habe, passt das gut. Ich probier's. Wir werden sehen. Ob ich's schaffe oder nicht. Ich probier's. Wir werden sehen. Ob ich's schaffe oder nicht. Ich probier's. Okay, das geht klar. Bis jetzt geht's noch klar. Ich bin super süß. Ich bin super süß. Ich bin super süß. Das war's für heute. Ja, also von der Schwierigkeitsgrad geht es klar, dass man es auch alleine schaffen kann. Auch wenn es ein Dungeon gewesen ist, aber ist okay. So, aha, okay, jetzt ist er schon drin, ähm, brauche ich ihn aber nicht mehr. Öffne diese Kiste jetzt um ihren Wert von Inhalt. Diese Chance, dies ist deine Chance den großen Annahme-Jackpot im Wert von 100.000 zu gewinnen. Haben wir hier auch noch, äh, mein Inventar ist schon voll. Was ist das? 1.600 für sieben Plätze. Junge, Junge. Guck mal, ich hab ihn. The Monkey. Yay. So. Schuhe. Bauerstab geht runter, aber der Angriff wird schneller. Okay, was mach ich damit? Weiß noch nicht genau, was ich damit alles mache. Ist das für ein Buch? Äh, ne, das will ich nicht. Kette. Neuer Skin freigeschaltet, Schriftstück. So, auf der anderen Seite wäre jetzt, äh, noch eine, noch eine Kiste. So viele Schlüsse habe ich ja gar nicht. Guck mal, jetzt habe ich nur noch 5. Ähm, kann sein, muss aber nicht. Gut, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ähm, ich muss auf jeden Fall meine Sachen verkaufen. Okay, also wir merken schon langsam. Free2Play. Ähm, geht hier ziemlich an den Galgen. Kein Teleport. Mini-Inventar. Ähm, klar. Kisten. Casino-Kisten. Kann man so sagen. Ja. Und, äh, VIP natürlich nur mit Echtgeld. Da ist zum Beispiel besser bei Neverwinter. Und bei Star Trek Online, da kann man das, äh, machen, dass man... Da braucht man das nicht. So, dann kann ich ja diese Gruppe... Guck mal, hier. Tut mir echt leid, Digga, aber... Wie kann ich die Gruppe verlassen? Da, Gruppe verlassen. Ähm, mal gucken, was dieser, was der überhaupt hier macht, der... Der kleine Monkey. Ne, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's vergessen. Achso, ja, genau. Bei... Bei Neverwinter kann man nämlich... Äh, die Einheiten sammeln und kann... Könnte sich... ...Premium für 30 Tage selber... ...erarbeiten. Ja, also, ich sag mal so. Ich kann das ja... Ich bin ja so ein Mensch, ähm... Ähm, äh, mein... Mein Verständnis haben die Leute. Ähm, man muss es mal so sehen. Also, würde das Spiel mir gehören, äh, muss ich natürlich auch meine Miete zu Hause zahlen. Und... Die muss irgendwie rein, ne? Von daher... Ich meine, die Produktion dieses Spiel hat ja auch viel Geld gekostet. Muss man auch immer so sehen. Was? Der Anführer der Untoten war unser Hauptmann Jeremy? Der Verhüllte muss ihn nach seinem Tod niedergestreckt haben. Vielen Dank. Dass er jetzt in Frieden ruhen kann. Ich weiß, eure Hilfe wirklich zu schätzen. Den Rest schaffe ich jetzt alleine. Ihr solltet nach Kingshill gehen. Sagt ihnen, dass wir noch Unterstützung für Grimford brauchen. Ernest Remin ist ein weiser Mann. Er weiß, was zu tun ist. Und das sieht ja schon mal hier richtig cool aus. Guck mal, da siehst du die Krone vor ihm. Der ist Premium-Spieler. Wie cool. Also ich bin... Ich bin leider total aktuell hin und weg von dem Spiel, muss ich sagen. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Schaut euch mal an hier. Die Tauben. Die hier auf dem... Auf der Laterne sitzen da. Geil. Das sind kleine Details. Aber die Leute, die das ja machen von Draken, sagen online, das ist ja ein deutsches Studio. Glaub ich eigentlich. Also ich glaube, früher war das deutsch. Also ich weiß ja nicht, ob es immer noch hier ist. Aber... Mit Liebe zum Detail. Kann man das so sagen. Willkommen, junges Mitglied der Bündnisse. Die Festung bei Grimford wurde niedergebrannt? Entsetzlich. Überall im Land berichten die Menschen von schrecklichen Dingen. Selbst hier im Gebiet von Kingshill geschehen seltsame Dinge. Die Menschen trauen sich unserem Bündnis nicht. Ich weiß nicht, ob sie erkennen, dass wir stets bereit waren, die Bedrohung von außen entgegenzutreten. Kanzler Reet Elwin sollte von den Augenzeugen von den Schrecken hören, um das ganze Ausmaß der jüngsten Ereignisse zu verstehen. In der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass Grimford Hilfe erhält. So, ich möchte... Ne, nicht rückkauf, ich möchte ein paar Sachen verkaufen. Bin ich schon in Level 10? Ah, ich kann nicht die Truhe öffnen. Boah, Jungs, ich hab ein Reittier. Cool. Ah, aber das bleibt im Inventar. Das ist ja doof. Ist ja geil. Okay. Ah, doch, okay. Jetzt sehe ich das, dass die... Dass die Sachen sich auch verändern. So, mit dem Sockeln, äh, das wurde mir noch nicht, äh, erklärt, weil... Das ist schwierig. Weil es ist echt schon voll hier bei mir. Die Rundschaft erworben. So. So. Ich weiß nicht, kann ich das verkaufen, oder... Ja. Jetzt blöd irgendwie, aber was soll ich machen, wa? Ich brauche den Platz leider. Ich brauche den Platz leider. Egal. Ja, finde ich aber cool. Muss ich ehrlich sagen. Also dieses Spiel ist einfach, ähm... Der Wahnsinn. Schaut euch das an, hier. Die Zwerge sitzen hier und trinken ihr Bierchen, ihren Krug mäht. Wer ist hier? Rolex Dampfkessel. Der hat, äh, vielleicht eventuell gleich eine Aufgabe für mich. Ja. Und damit sind wir auch hier schon wieder am Ende, mein Lieben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich würde es mir selber auch nochmal angucken. Lasst dem Video nochmal einfach ein Like da. Und dem Kanal ein Abo. Und komm nächstes Mal wieder. Das würde mich super freuen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund. Und ich freue mich, wenn wir weitermachen können. Alles Gute. Bis dahin. Ich bin raus. Euer André. Und tschüss, tschüss. Bis dahin.